Hallo und willkommen zurück. Ich habe zwar vorhin schon gespielt gehabt, aber ich habe festgestellt, da ich ja... Oh nein, 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 kommt eine neue? Ja? Wenn ich hier weggehe? Ja, es kommt eine neue, Gott sei Dank. Ähm, äh, dopp, 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 dopp. Ähm, aber... Oh oh, oh oh. Sag mal... Treff! Gut. Ähm, aber ich brauche noch mehr Folgen, weil ich... Nein, 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 scheiße, scheiße. Und nochmal. Und... AHHHHH! Ja, clever. Nix sagen. Einfach nix sagen. Ich bin schlecht in diesen Kugeln hin und her treten. Vielleicht sollte ich es einfach lassen. Ja, ich glaube, ich lasse es einfach. Ähm... Achso, ich brauche das. Oh, fuck. AHHHHH! Äh... Geh doch mal in die andere Richtung. Kann ich das vielleicht... Ne. Gewollt provozieren kann ich das nicht. Ähm... Vielleicht wenn ich doch von so... Ha! Nochmal? Nein! AHHHHH! Ha! Ich bin schlecht in sowas. So, gut. Tada! Uh, die liegt scheiße. So, gut. Jetzt nochmal, das so wie beim letzten Mal. So. Ähm... Ne, jedenfalls, was ich... Falsche Richtung. Scheiße. Äh, was ich sagen wollte, war... Ich komm bestimmt gleich drauf. Ähm... Oh, das ist die Hitze. Deswegen kann ich keinen Gedanken sammeln. Ja, ich weiß. Voll Ausrede. Aber... Ah, so springt das Meer. Okay. Äh... Äh... Ja, jedenfalls fahre ich Ende der Woche in Urlaub. Und dementsprechend... Sollte ich... Kann ich mich da nicht festhalten? Nein, kann ich nicht. So ein Dreck. Ähm... Sollte ich natürlich noch ein paar Folgen aufnehmen, dass ich dann auch was habe, was ich sozusagen hochladen kann. Weil sonst ist ja blöd, ne? Dementsprechend werde ich jetzt... Tatarata... Äh... Noch ein bisschen spielen. So, hopp, hopp, hopp. Mach, mach, mach. Oh Gott. Ich hasse diese Griffe. Ich hasse sie einfach. Äh... Äh... Aaaaaaah! Wat ein Scheiß! Wat sind das eigentlich für Dinger? Kann man da drauf? Ja. Wie das gehen soll... Weiß ich noch nicht. So wirklich? Aha, okay. So, gut. Weiß... Bescheid. So, ich spring den mal nach und versuche sie... Ha! Hab ich gut gemacht. Ha 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 ha. Äh... Aha. Aber wenn ich nicht hier hin soll, wo soll ich dann hin? War der schon vorher dann? Wahrscheinlich. Keine Ahnung. Vielleicht. Oh. Oh Scheiß, ich brauche den. Ich hasse diese Dinger. Ich hasse die! Ich hasse sie... Was ist denn da unten? Ich hab Angst da runter zu gehen. Ich lass es einfach bleiben. Ist doch eine gute Idee. Ah! Ups! Nein! Okay, ich hab den ganzen Dreck umsonst gemacht. Ich lass das jetzt bleiben. Ich geh jetzt hier unten lang. Ah, so wie es wahrscheinlich... Ah! Seid so. Können die endlich ihren Rutschquatsch weglassen? Es nervt so sehr. Aber ich find's ein nettes Detail, dass sozusagen... ...immer die Buntstifte... ...ne andere Farbe haben. Finde ich... Ah, das war mit dem, wo ich wahrscheinlich... ...da musste ich... Ah! Scheiße, 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 scheiße! Huh! Hier brauch ich wahrscheinlich das Rennen! Oh fuck! Oh man! Oh man! So. Okay. Oh! Oh fuck! Nein! Warte, Rennen war X! Okay. Ich erinnere mich. Wat! Ein! Scheiß! Ey! Jetzt ehrlich! 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 Na! Ja! So. Okay. Und dann... X. Okay. Runter... Und... So. X. Ha! Perfekt! Genauso wie ich dachte. Das ist ja geil. Scheiße, 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 scheiße! Scheiße, scheiße, scheiße! So nicht. Aber immerhin hat es seit dem Rennen funktioniert. Das ist ja schon mal was. Oh man! Ich bin halt nicht für dieses Spiel gemacht. Wirklich, wirklich nicht. So. Ah! Nein! Alter! Dieses X-Suchen ist echt nervig. Also die Tastenbelegung ist ein bisschen für den Arsch. Weil ich finde, da kommt man auch scheiße ran. Es ist halt blöd, dass ich jetzt sozusagen wieder... ...spiel muss. Weil ich sonst nicht genug Folgen habe. Und dementsprechend nicht allzu motiviert bin. Weil ich hab jetzt schon wieder nicht so richtig Bock drauf. Und ich glaube, das merkt man mir auch ein bisschen an. Vor allem, weil mir halt die Hitze sehr zu schaffen macht. Und dementsprechend... ...fühle ich mich halt nicht so bombe. Na! Auch Glück gehabt. So. Bei dem da kann... Ja! Zu viel passieren. Dachte ich. Kann es aber wohl. Vielleicht... Ich glaube, hier muss ich jetzt... ...rennen, hüpfen, fliegen... ...und sterben. Ja! Ja! So in der Art... Äh... Nein! Ach Gott! Aber in was ertrink ich da eigentlich immer? Tinte? Wahrscheinlich. Ich... Ich meine, es ist ja alles hier so Radiergummi und... ...und Dings nicht lastig. So. Und... Ah! Nicht hüpfen! Rennen, Junge! Rennen! Genauso! Ich weiß, dass das dann meine Schuld ist, wenn der springt anstelle von rennt, weil ich wieder vergesse die... ...richtige Taste zu drücken. Aber das... Ach! Scheiße, Scheiße, Scheiße! Scheiße! Noch mal! Oh Gott! So! Und... Rennen! Latschen! Springen! Fliegen! Perfekt! So! Ich glaube, die muss ich... ...laut Video... ...wegboxen. So! Wie soll das denn bitte gehen? Muss ich da jetzt hier so rüber? Ah! Ah! Aha! Äh... Ja! Ich hab's zumindest... Hat er... Hat er ein Foto gemacht? Mach mal noch ein Foto zur Sicherheit. Ich bin mir gerade nicht sicher. Hast du ein Foto gemacht? Danke. Vor allem hab ich gerade auch schon wieder diesen... ...denn? Ist ich denn ernst, oder? Wie soll ich das denn machen? Wie soll ich das denn machen? Weil... Weil... Wie soll das hier denn gehen? Hahahaha! Die sind doch zappert! Die sind doch nicht mehr ganz dicht! Wie soll das funktionieren? Jetzt mal ernsthaft! Kann man die hauen? Oder so? Ich geh nicht davon aus! Ich glaub nicht, dass man die hauen kann. Aber wie soll das... Vielleicht so? Oh Gott! Ich hab's geschafft! Wie das denn? So... So wenn der gerade runter und dann so hoch... ...und dann hier rauf... ...und dann hier rauf! Ich hab's geschafft! Oh Gott! Ich hab's geschafft!